Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immer... Zu dem Wachen. Du weißt. Ich ob Warstrahlung. Ich glaube, er hat eine Teher zu spüren geholfen. Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und freut dich's? Oh mein Gott! Ja, ich gratuliert! Kann ich dir trotzdem achts später auch nicht? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann verspöter. Tschüss. Maiko, sovendet Kassner, was ich? Любim, ciao! Musik